Wir kommen jetzt zur Siegerehrung im 1er Wok und zur Siegerehrung im 4er Wok. Und damit gebe ich wieder zurück zu dir, Sophia. Und wir sehen uns gleich unten im Ziel mit Matze, dir und mir und allen Teilnehmern der heutigen Wok-Weltmasterschaft. Ja, und da sind wir schon bei der Siegerehrung. Wer ist denn Dritter? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Hilf mir mal. Wer Dritter geworden ist? Wo sind Sie denn? Ich bin ja auch nicht sicher. Jetzt wissen wir es. Der dritte Blatt geht ans WWW, World Wide Web, entschuldigt bitte. Ich fahre gerade durcheinander. Komm, 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 komm. Bronze Medaille. Ja, alle. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es vor allen Dingen wieder reingelegt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dritter Platz. Cheers. World Wide Walk. Cheers, Freunde. So. Der zweite Platz. Der zweite Platz. Der zweite Platz geht an die DDR. ist doch super, oder? Yeah. So. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Ups. Ja, da war die Züge. Ja. Nee, hier. Hier, komm. Herzlichen Glückwunsch. Nicht beide. Komm, nicht beide. Die andere brauche ich auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz. Das ist doch super, oder? So. Und die Sieger der WOC-Weltmeisterschaft ist Österreich. Wuh! Wow! Genau. Österreich wird Weltmeister in Österreich. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Noch einmal. Ich geb mal so die Medaillen hoch. Und das Tolle ist, und das Tolle ist, ein Stückchen weit geht ja, geht ja mit Ulrike Krieger auch ein Stückchen weit der WM-Titel wieder nach Köln. Yeah. Jetzt können wir auch die Korken knallen lassen. Danke. So, sie geht's. Ah! Oh, Gott. Alles klar. Jetzt geht's weiter mit der Siegerehrung der Einer auf dem dritten Platz. Mein lieber Freund Joey Kelly. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Joey? Weg ist er. Er will nicht. Da kommt er doch. Da kommt er. Joey Kelly. Mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch. So, deine Medaille. Darf ich sie? Die oben hängen. Bitte, 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 bitte. Herzlichen Glückwunsch. So. Zweiter Platz. Geht an. An unseren Hackeschosch. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Hackeschosch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die wollen sie mal Busy haben, ha? Ja. Und der erste Platz. Last but not least. Armid Schöckler. Goldmedaille. Wuhu. Goldmedaille. Ich gratuliere dir, mein lieber. Herzlichen Glückwunsch. Also bin ich nochmal gehoben. Tasi, tasi. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank an unseren mutigen Wok-Fahrern und natürlich unserer Crew hier vor Ort. Steven, Matze und natürlich Sophia und natürlich Ron Ringguth nicht zu vergessen in der Kommentatorenbox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie eine schöne Nacht. Macht es gut. Tschüss. Tschüss aus Innsbruck. Und wir geben Sophia jetzt was zum Anziehen. Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment in time I will feel I will feel Eternity You're a winner For a night For a night If you see that one moment in time If you see that one moment in time Make it shine Make it shine When all of my dreams are a heartbeat away